Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek Elite Force und mal schauen ob wir heute mal gesagt bekommen, was das hier eigentlich alles ist. Wie gesagt, ich als alter Trekkie weiß das natürlich. Ich habe die Original Series nicht komplett geschaut, aber kenne doch einiges davon und in anderen Serien gab es dahingehend auch schon Anspielungen. Ich weiß nicht, warum wir die ganze Zeit patrouillieren müssen. Es sieht nicht so aus, als ob die Malonen zurückkehren, nach allem, was wir das letzte Mal mit ihnen gemacht haben. Es sind nicht die Malonen, über die sich der Käpt'n Sorgen macht. Es sind diese verdammten Klingonen. Ich lasse euch nochmal kurz am Leben. Ich schaue mich lieber noch ein bisschen um. Shit. Shit. Stirb endlich. Boah, das ist ja Das übelste Feuergefecht Shit Ah Ich sollte Aber ich sollte das Sekundärfeuer hier nicht so oft einsetzen Das hat mich in der letzten Folge Schon das Leben gekostet Dummdi-dum So Diesmal machen wir das gleich richtig Auf einmal können sie doch Alarm ausrufen Da rennt doch noch mal einer Diesmal geht es ein bisschen besser von der Hand Aber ich ziehe mich noch mal besser zurück Es geht halt echt nichts über den Handphaser Boah, wo kommen die denn her? Ich weiß es nicht Aber haben wir uns jetzt wieder beruhigt Ist jetzt hier wieder alles in Ordnung Scheint froh Scheint froh, genau Scheint so Ähm Irgendwas habe ich in die Luft gejagt Ich glaube man hätte das Ganze auch wirklich eleganter lösen können Aber Aber Nö Mach ich nicht Okay Da waren wir gerade Das kenne ich Ich schalte nochmal eins weiter Hopp, 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 hopp Dann halt nicht Munro und Poster Ich weiß wo Telsia festgehalten wird Aber die Gegend wimmelt nur so von Scavengern Es ist für mich unmöglich sie zu holen Riskieren sie nicht die Mission Munro Wenn sie in einer ausweglosen Situation sind Werden sie wahrscheinlich abbrechen müssen Telsia wusste worauf sie sich eingelassen hat Sie würde nicht wollen, dass sie umkommen in einer Hoffnungslosen Warten sie einen Moment Ich habe eine Idee Munro Ende Tarnen, Tricks, enttäuschen Warum hast du nicht das Kleid angezogen? Das finde ich lustig Ich bin mal gespannt was das hier wird Hallo Freunde Na alles fit bei euch Zurücktreten Jetzt wollen die hier auch schon Dass ich alle zurücktrete Ich habe doch überhaupt kein Amt Von dem ich zurücktreten könnte Sieh da Diese Gefangene ist ein bisschen stur Bringen Sie mir das Veritrax 12 aus dem Labor Es ist das blaue Hypo-Spray Ich muss meine Lebensenergie ein bisschen auffüllen Das ist aber eine echt komische Hand Es wird langsam Zeit Was soll das? Ich habe gesagt das blaue Hypo Ja Hab ich nicht Moment, wer sind sie? Wachen Ich hätte ihn vielleicht beruhigen sollen Hinterher ist man immer schlauer Gott sei Dank Können Sie die Fesseln lösen? Der einzige Weg zurück zum Extraktionspunkt Führt durch das Kontrollzentrum Und das ist bestimmt bewacht Wo hat die Gefangene dieses moderne Gewehr her? Moment Hier ist mal die Sauerstoffbau Wo lang? Ach hier lang Ja ist alles in Ordnung Tag Leute Na alles klar Sie ist meine Gefangene Warum haben Sie sie hierhin gebracht? Ich habe niemandem gesagt Moment, wer sind Sie? Männer, nehmen Sie die Weile fest Moment, du entkommst mir nicht So Wo kam der denn her? Schade, dass sie nicht die alten Fese-Gewehre haben Habe ich jetzt wieder Föderations-Waffen-Energie? Sehr schön Was ist das hier für überhaupt für eine klare? Also Achso, hier ist das Kontrollterminal Sehr schön Und weiter geht's Alte Angewohnheit Die ganze Zeit geduckt Durch die Gegend zu rennen Ich glaube nicht, dass Ihr Gefangene-Trick dieses Mal funktioniert Das erste Mal hat es nicht geklappt Ich habe Ihnen gesagt, dass das der älteste Trick der Welt ist Ist das der einzige Weg zurück? Der einzige Okay, ich habe eine Idee Ich gehe dort hin und lenke Sie ab Sie dürften mich mit dieser Verkleidung nicht erkennen Zumindest nicht sofort Während Sie abgelenkt sind, stehlen Sie sich raus Nehmen Sie alles an Isodesium mit Aber was, wenn Sie erkennen, dass Sie keiner von Ihnen sind? Sind Sie sicher? Ich komme schon klar, ganz sicher Ich habe schon ganz anderes überlebt Ich glaube nicht, dass ich Sie schon mal gesehen habe Hi Das war ja mal putzig Und ich sollte echt nicht so viel Föderationswaffen-Energie verschmeißen Und wo ist das nächste Gefecht? Lebensenergie-Terminal Das schaut mir immer arg nach einer Falle aus hier Ne, ist nur ein Aufzug Nächster Bereich Ich komme ja richtig voran hier Bin ich ja aus Finding Teddy gar nicht gewöhnt Ich bin der Jäger Sie sind meine Beute Wow, wow, warten Sie mal Ich habe Sie verfolgt, seit Sie in unser Jagdgebiet eingedrungen sind Sie sind nicht die beste Beute, die ich je gehabt habe Aber Sie werden genügt Hören Sie, das ist völlig unnötig Können wir nicht einfach Das hört sich nach Nein an Aua 49 Sekunden, das ging ja echt fix Können wir das nicht irgendwie Alles klar, Dankeschön Aua, Aua, Aua Au, das ist ja 100% Präzision Und ich habe wieder nur 47 Sekunden durchgehalten Ihr Schädel wird meine Wand wunderbar ziehen Okay Man kann die KI ein bisschen verarschen Das finde ich gut Das finde ich gut Das finde ich gut Das finde ich gut Immer direkt unter ihm bleiben Hm Hm Sie sind der Sieger. Halten Sie still, ich hole einen Sanitäter. Nein, Sie sind der Sieger. Möge Ihre Jagd Ihnen große Ehre bringen. Okay. Was ist da drin los? Machen Sie die Tür auf. Wer spricht da? Tür fällen? Welche? Jetzt möchte ich das Ding aber auch mal ausprobieren hier. Mhm. Okay, es verwendet die gleiche Waffenenergie wie die mit dem anderen Sturmgewehr. Macht bloß ein bisschen mehr Schaden. Und streut nicht so böse. Warum war Lebensenergie? Da gehe ich noch mal hin. Äh, Waffenenergie. Doch, Lebensenergie, genau. Brauche ich gar nicht. Habe ich ja schon. Hm. Habe ich gar nicht gesehen. Das ist mal eine sinnvolle Waffe hier. Und die Sau haben einen schönen Shortcut. Also. Na gut, aber. Nachdem wir jetzt hier den Jäger erledigt haben. Der uns zweimal erledigt hat. Aber. Wenn man erst mal weiß, wie man damit umgehen muss. Dann auch gar nicht mehr so schwer ist. Ähm. Ja, schauen wir einfach in der nächsten Folge, wie das weitergeht hier. Und. Äh, ja. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin. Und. Ciao. 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 Vielen Dank.